Und jetzt sind wirklich die Schwammerl dran oder die Pilze. Das ist ja auch fast so eine Sagenumworbene Spezies von köstlich bis giftig bis zur TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, bis hin zur Schönheit eben. Und deshalb ist Christina Wolf-Staudigl bei uns, denn es geht auch darum, was man als Drogistin und Kosmetikexperte mit den Pilzen machen kann. Herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Nur am Anfang kurz, Pilze sind nicht wirklich Pflanzen, oder was sind die? Nein, wir zählen sie nicht zum Tierreich, aber auch nicht zu den Pflanzen. Biologisch gesehen sind Pilze ein eigenes Reich. Also sie bilden ein fantastisches, großes, umfangreiches, eine Welt, eine kleine Welt. Und ich habe so einen ganz kleinen Ausschnitt heute mitgebracht von dieser spektakulären Pilzwelt. Und die Wissenschaft der Pilze heißt Mykologie. Mykologie. Und jetzt geht es aber darum, was die für unsere Schönheit und Gesundheit auch tun kann. Reishi-Pilz des ewigen Lebens. Das kennt man auch vom Asiatisch-Essen gehen ein bisschen. Oder so hört man das manchmal. Wie schaut der aus? Was kann der für unsere Schönheit machen? Ein Klassiker in der traditionellen chinesischen Medizin ist dieser Reishi-Pilz. Der schaut normalerweise so aus, so kennt man ihn auch. Aber ich habe auch noch andere Pilzformen vom Reishi mitgebracht. Der kann auch so wachsen oder so wie da unten. Diese Stangenform, das liegt ganz darauf, hängt davon ab, in welcher Umgebung er auch wächst. Der Reishi-Pilz hat ganz viele Mikronährstoffe, Kupfer, Zink, Magnesium, Mangalen, ganz, ganz viele. Und wirkt deshalb auch sehr auf unseren Körper. Also das heißt, auch bei Schlafstörungen kann er behilflich sein. Oder auch wirkt stimmungsaufhellend. Auf der Haut speziell stärkt er unsere Haut und kann auch sensible Irritationen oder Rötungen minimieren. In Salbe verarbeitet dann? In Salbe verarbeitet, genau. Shitake-Pilz, kennt man auch gut vom Hörensagen. Trotzdem zeigen wir einen her. Ja, der wächst hier aus dem Moos. Das sind Shitake-Pilze. Nach dem Champignon ist das der beliebteste Speise-Pilz. Er schmeckt gut, hat viel Eiweiß, aber er hat auch ganz viele andere Wirkstoffe in sich. Und gemeinsam mit dem Reishi ist er eine sehr stärkende Kombination, die unsere Haut, und ich habe eine Creme mitgebracht, besonders viele Antioxidantien gibt und der Haut viel Kraft gibt. Zum Beispiel als Abendpflege. Ja, genau. Als Abendpflege wirkt er als Tiefenregeneration auf unserer Haut, minimiert auch Fältchen und wirkt der vorzeitigen Hautalterung entgegen. Also wir wachen auf und sind wunderschön. Ja, genau. Und dann gibt es noch einen Pilz, der, das muss ich jetzt nachlesen, der heilende Pilz aus dem hohen Norden genannt wird. Chaga-Pilz heißt der. Wo kommt der her? Der Chaga-Pilz ist ein wahrer Superheld und den habe ich hier mitgebracht, schon geschnitten. So kann man ihn auch trinken. Ja, genau. Das ist auch ein größerer Schwamm. Und so können wir ihn auch trinken, aber auch in der Pflege verwenden. Der wirkt gemeinsam mit dem Zunderschwamm. Und das ist der große hier. Das sind diese großen Gebilde. Die aus Bäumen so oft auch. Die wachsen auf den Bäumen, genau. Und da wirkt es als erste Hilfesalbe. Den habe ich auch mitgebracht. Diese Kombination wiederum Chaga und Zunderschwamm. Zeige ich dir auch noch am Haar auf der Hand. Die erste Creme war besonders gut für das Gesicht. Und diese Creme hilft als erste Hilfe Creme für den ganzen Körper. Erste Hilfe heißt, wenn man was hat? Bei hochsensibler Haut, wie zum Beispiel auch Narodermitis. Auch bei Babys im Windelbereich, bei Schorf als Wundheilung zum Beispiel. Aber auch bei Narben, als Narben für Verfeinerung der Narben. Und die Narbe wird auch ganz zurückgehen damit. Es ist eine schöne Kombination. Also die Pilze können besonders viel wirken antibakteriell, antiviral. Speziell die ich heute mitgebracht habe. Die sind übrigens, sie schauen ja sehr exotisch aus, aber die wachsen alle in Österreich. Sind in Österreich gezüchtet und auch zurück, vor allem speziell auf die Wirkstoffkonzentration geprüft. Auch der, der neu erforscht ist. Ich glaube, da sind wir richtig und heißt Schmetterlingstramete. Habe ich noch nie gehört. Ja, genau. Ich habe ihn mitgebracht, weil er so besonders hübsch ist. Und der ist gerade aktuell in der Forschung und wird getestet bei Brustkrebs. Und wir haben ja jetzt Oktoberbrustkrebsmonat, Brustkrebsvorsorgeerinnerung. Und da sollt ihr auch daran erinnern. Und immer sollte man auch daran erinnern, wenn man Pilze sieht, wenn man jetzt spazieren geht oder so, nicht einfach die Schwamme nehmen und essen. Nein, bitte aufpassen natürlich und dann nur an die richtige Expertin oder Experten wenden am besten. Und wenn man damit schön werden will, dann dich fragen am besten. Ja, genau. Mit den Pilzen machen wir das schon. Ja, danke dir. Sehr gerne.